Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute sind wir in der Leberkuchen Mitte. Es tut mir leid, beim letzten Video, wo ich angekündigt habe, dass ich die SB21 von LAV Mitte bis Pippsstraße filme, habe ich leider vergessen. Das wird vielleicht in den nächsten Monaten, Wochen, keine Ahnung, weiß ich nicht, wie ich es schaffe, kommen. Auf jeden Fall, hier ist der Bahnhof, der Bahnhof. Da stehen jetzt auch ein paar Busse. Hier sieht uns so viel los gerade. Die SB22 ist gerade da. 227. Jetzt ist der SB227. Dann ist da ein Wupsi C2. Jetzt kommt da gerade ein Leverkusen-Bus. Das sind die Fahrer, die habe ich eben auch schon gesehen. Hier. Das ist ein MAN. Da ist noch ein MAN. Hier ist ja auch ein MAN. Der hat doch so eine Kamera. Der fährt nach Moidsfeld über Bergstab S-Bahn. Der fährt in 6 Minuten ab. Hier ist eigentlich viel los. Da 201. Da gibt es den Kirchen, die da reinfällt. Da sieht man da den Busch. Also mit der Leverkusen-Bus. Also mit der Leverkusenwerbung. Wir haben das in paar Jahren eine Kooperation. Das ist schon da, nach Monheim, Busbahnhof, aber da fährt jetzt heute gerade noch eine Hütte, Wupsi-Bus, so die 2.1 nach Schempack. S-Bahn kommt in 3 Minuten, auf Bruchstack 14, da kommt halt den Bus an, ihr seht mich in der EVL-Gerbung, da haben wir Lützenkirchen, da finde ich dieser Bus hier, der, dieser Bus, 201, Lützenkirchen über Forental, da kommt gerade eine 208, nach Wiesdorf mit einer GBO-Werbung, ähm, ja, 208 nach Matildenhof, ja, also hier ist in Leverkusen Mitte 4 ist, finde ich, da stehen da noch ein paar Busse, die noch keine Linie geschildert haben, hier steht in C2, heißt es, am Ende 2 zu 2 stehen, der Platz 3, da kommt gerade eine S-6 nach Hartingen, Ost, ja, die fährt leider nur bis Hartingen in Ost, wegen der Arbeiten, nach Reuchenberg, in einer Minute, 204, Busstack 6, fährt, der fährt über Köppersteck, also Leverkusen, Köppersteck, aber 204, zum 2, das ist ja gerade der zweite trước, in einem Minute kommt ja, da kommt ein C2, Wagen 280. Da ist 280. Da ist 280 ... So, der besser wird nach Reuchenberg, 2,4, Reuschenberg über Köppersteck, Reuschenberg über Köppersteck, der fährt über Köpperstecker Straße, Köppersteck Post, also ich dachte, der fährt über S-Bahn, aber nicht, weil der 3 fährt nach Opfladen, der fährt Westring und auf Polnischstraße und so weiter, bis Opfladen, Busbahnhof. Oh, da ist gerade ein Dosto angekommen, Ersatzpark von Abeloda, so ein Liniennetz von der Wupsi, Bahnhof, also ich wünsche jetzt viel los. Da ist jetzt nur 2,9. Da kommt gerade der Bus nach Schempark, Gelenkbus, Citaro F, Citaro Facelift, Stegarbeizitlung, da ist wieder die 2,8 nach Mathildenhof. Also, wie findet ihr, findet ihr, dass das so viel los ist oder nicht? Also, ich denke mal, hier, also ich finde hier ist viel los. Da fährt jetzt gerade ein Bus ab, der fährt, ah, der fährt bestimmt hier auf Betriebshof oder so. Also, da steht SP22, 211 fährt jetzt ab und nach Steinbrüche. Den habe ich eben schon in Pendelstraße gesehen. Und da ist der nach Rheindorf, also Gegenrichtung. Das ist ein C2 Solo, IC-Durchfahrt, 211 nochmal. Nochmal die 211. Die fahren immer hinterher, aber die wägen gleich ab. Also, die trennen sich gleich. Da ist die 2,9. Da. Und wartet mal. Ich gehe mal rüber. Der ML fährt jetzt ab. Und der 2,8 da, der kommt jetzt auch nach Wiesdorf. Da 2,8 nach Wiesdorf. Und da hinten, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Da steht eine SP23 nach morgen im Busbahnhof. Die SP21, mit der ich filmen wollte, die jetzt gleich nach Steinbrüche wieder fährt. Also, eine. Die kommt, warte mal. Die kommt in 6 Minuten, aber die filme ich ja leider nicht, weil mein Zug kommt auch gleich. Also, ja, da ist gerade eine Rhein-Ruhr-Express. Nach, was war das? Ah, das ist Rhein-Ruhr-Express nach Oberhausen, meine ich. Oder nach, äh, äh, warte, Abfahrt. Und ein Bus. Nach Monheim. Nach Monheim. Nach Monheim. Warte mal. Warte mal. Auf dem Kenntnis. Wagen 28. Ja. Das ist mal der Busbahnhof. Das Dach. Da steht ein Bus. Da steht ein Bus. Da steht auch ein Bus. Da steht auch ein Bus. Da stehen jetzt keine Busse. Noch nicht. Der fährt jetzt gleich ab. Ja. Da steht gerade ein Rhein-Ruhr-Express. E5, glaube ich. Ne. E1 nach Hamm. Westfalen-Hauptbahnhof. So, da hinten ist ein Bus, der ist von da hinten so im Kreisverkehr. Der Fett ist noch da, also der Fett ist noch da sozusagen. Ja, gefahren, ich bin jetzt bewusst. Ich würde sagen, das war mal jetzt ein Video vom Leverkusener Busbahnhof. Ich hoffe, es hat euch gefallen und schreibt mir in die Kommentare, wo ich nochmal hinfahren soll, weil das in der Nähe von Köln ist, also jetzt Leverkusen-Mitte war es ja jetzt schon. Soll ich mal zum Hauptbahnhof fahren? Also Köln-Hauptbahnhof oder Köln-Messe, obwohl Köln-Messe dort fahren soll. Ehrlich gesagt, Köln-Hauptbahnhof oder mal Köln oder Leverkusen. Oder auch Planen-Busbahnhof kann ich auch mal fahren. Ja, also ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt es mir in die Kommentare, lasst doch ein Abo auf meinen Like-Kanal da. Und, ähm, schreibt mir in die Kommentare, die mir gefallen hat. Lasst doch ein Like auf das Video da, ich würde mich sehr darüber freuen. Und das war's mit dem Video der Bus- und Zug-Fan. Tschüss Leute, schönen Tag euch noch und halt eine gute Woche. Nächste Woche oder sonst was, keine Ahnung, wenn ihr das Video seht. Also, das war's. Ich habe meinen Schatten. Ja, okay, tschüss. Jungs. Jungs. Vielen Dank.